Vor dem Betrachter der Sternennacht von Vincent van Gogh entfaltet sich eine überwältigende Szenerie. Die Leuchtkraft der Farben, die Wucht und Klarheit der Pinselstriche, die Dynamik der Formen und die daraus resultierende Bewegtheit der Bildgegenstände sind schlichtweg mitreißend. Wir blicken hinein in eine nächtliche provenzalische Landschaft, in ein am Horizont von sanften Hügeln eingerahmtes Tal, an dessen Grund wir rechterhand ein kleines Dorf mit einigen erleuchteten Fenstern erkennen. In Andeutung, teils auch deutlicher herausgearbeitet, sehen wir die Furchen auf den Feldern und rechts die Baumreihen von Plantagen. Ihre gleichmäßigen Wipfel wogen ruhig am Boden. Im krassen Gegensatz zu dieser optischen Ruhe steht die in der schwarzen Silhouette erkennbare Zypresse. In der klassischen Mythologie der Baum des Todes, die im Vordergrund am linken Bildrand wie eine lodernde Flamme dem Himmel entgegenzustreben scheint. Ihre Form, sowie der über die Dächer und die umgebenden Hügel aufragende Kirchturm, verbinden die irdische Szene mit dem Himmel, der sich über der nächtlichen Landschaft erstreckt. Letzterer ist zweifellos das Hauptmotiv des Bildes. Die kleinen, sparsam gesetzten Lichterflecken der menschlichen Behausung unten am Boden finden in ihm ein Echo, das in Quantität und Leuchtkraft eine beinahe überwältigende apokalyptische Steigerung erfährt. Der blau angelegte Firmament ein wirbelnd leuchtendes Band, durchzogen und flankiert von Sternen mit ihren pulsierenden Auren, alles texturiert in den für Van Gogh so typischen, heftigen, energisch gesetzten kurzen Pinselstrichen. Das Band aber drängt in das Bild hinein, dringt in es ein, dem rechts oben in der Bildecke so warm gelbstrahlenden sichelförmigen Mond entgegen, vielleicht um dort seinen Abschluss zu finden. Im Bildzentrum teilt er sich jedoch vor dem Erreichen der Mondaura, wird dort nach oben und unten abgebogen, weggelenkt, beinahe so, als würde der Mond in seiner leuchtenden Kraft ruhig wie ein Stein in der Strömung liegen und diese brechen, in einen strudelnden Sog verwandeln. Über den Hügeln am Horizont und deren Kontur folgend liegt ein weiteres helles, in beinahe gleichmäßig diagonalen Pinselstrichen aufgetragenes Lichtband, das wie ein von der Erde ausgehendes überirdisches und mystisches Glühen wirkt. Die formale Spannung zwischen den formfolgenden und Gegenstandsformen erzeugenden Pinselstrichen am Boden und den heftig bewegten dynamischen Pinselstrichen am Himmel wird gestützt durch den kalt-warmen bzw. komplementär Kontrast zwischen den Blau- und Weißtönen einerseits, sowie den Gelb- und Orangetönen andererseits. Die expressiven, beinahe schwarzen Kontursetzungen der Bildgegenstände am Boden verleihen diesen im Vergleich zu den fließenden, spielerisch leichten Formen eine erdgebundene Gravität, aus der die schwarz brennende Zypresse aufwärts zu züngeln scheint. So wird die Ruhe und idyllische Friedlichkeit des Dorfes kontrastiert mit dem aufgewühlten Himmel. Der Mensch Vincent van Gogh erkannte im Nachthimmel ein Gleichnis für das Geheimnisvolle, das allesdurchdringende Göttliche im Universum. Jahre zuvor hatte sich der junge Vincent noch als Prediger und Missionar versucht. In einem seiner vielen Briefe an seinen Bruder Theo schrieb er, er verspüre allzu oft ein schreckliches Bedürfnis nach Religion, dann gehe ich hinaus und male die Sterne. Es ist dann dieses auch nicht das einzige Werk mit dem nächtlichen Motiv aus dieser für van Gogh so schwierigen Lebensphase, an deren Ende er sich 1890 das Leben nimmt. Bereits im September des Jahres 1888, dem Jahr, in dem er in die Provence kam, malte er die Café-Terrasse am Abend, sowie später im selben Monat eine Sternennacht über der Rhone. Bei letzterem steht im Vordergrund ein Paar und blickt dem Betrachter entgegen. Hinter sich das Wasser des Flusses, in dem sich die Gaslaternen der auf dem anderen Ufer liegenden Promenade von Arl spiegeln. Über der Szene erhebt sich ein tiefblauer, beinahe schwarzer Nachthimmel. In diesen beiden, die nachthematisierenden Bildern, erscheinen die Sterne aber ruhig strahlend und unbewegt, sodass der Himmel eher zu einer inneren Ruhe der Szene beiträgt. Ganz anders wirkt indes der Nachthimmel der Sternennacht, Zeugnis der schwierigen psychischen Entwicklung, die van Gogh in den Monaten in Arl durchleben musste. Seine Hoffnungen auf eine fruchtbare Malerfreundschaft mit Paul Gauguin hatten sich zerschlagen, waren sogar in heftige physische Auseinandersetzungen eskaliert. Der Traum von der inspirierenden Künstlerkolonie im Gelben Haus schien für Vincent van Gogh gescheitert. Körperlich und seelisch gebrochen suchte er, nicht ganz freiwillig, Hilfe. So entspricht der Blick in die Landschaft der Sternennacht zumindest teilweise jenem aus dem Fenster des Krankenzimmers des Sanatoriums Saint-Paul-de-Moussole in Saint-Rémy, in das sich van Gogh nach dem selbst beigefügten teilweise Verlust seines Ohres hatte begeben müssen. Trotz der widrigen Umstände war diese Zeit für ihn jedoch eine überaus produktive. Allerdings nahm durch die kontinuierliche Arbeit die seelische Belastung van Goghs weiter zu. Zweimal verschluckte er im Laufe des Jahres giftige Farben. Wohl erste Versuche, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Bereits im Juli 1888 schrieb der zu diesem Zeitpunkt nur 35-jährige Vincent an seinen Bruder Theo, Ebenso wie wir den Zug nehmen, um nach Tarascon oder Rouen zu gelangen, so nehmen wir den Tod, um zu den Sternen aufzufahren.